Das Spritzgießen ist ein Urformverfahren, das hauptsächlich in der Kunststoffverarbeitung eingesetzt wird. Dabei wird mit einer Spritzgießmaschine der jeweilige Werkstoff verflüssigt und in eine Form, dem Spritzgießwerkzeug, unter Druck eingespritzt. Im Werkzeug geht der Werkstoff durch Abkühlung oder eine Vernetzungsreaktion wieder in den festen Zustand über und wird nach dem Öffnen des Werkzeuges als Fertigteil entnommen. Der Hohlraum, die Kavität des Werkzeuges bestimmt dabei die Form und die Oberflächenstruktur des fertigen Teiles. Es sind heute Teile im Gewichtsbereich von wenigen Zehntelgramm bis zu einer Größenordnung von 150 Kilogramm herstellbar. Mit diesem Verfahren lassen sich direkt verwendbare Formteile in großer Stückzahl kostengünstig herstellen. Die Kosten für das Werkzeug machen einen großen Teil der notwendigen Investitionen aus. Dadurch ist selbst bei einfachen Werkzeugen die Schwelle der Wirtschaftlichkeit erst bei einigen tausend Teilen erreicht. Andererseits können die Werkzeuge für die Herstellung von bis zu einigen Millionen Teilen verwendet werden. Das Spritzgießen, insbesondere erweiterte spezielle Verfahren, erlaubt eine nahezu freie Wahl von Form- und Oberflächenstruktur wie zum Beispiel glatte Oberflächen, Narbungen für berührungsfreundliche Bereiche, Muster, Gravuren und Farbeffekte. Zusammen mit der Wirtschaftlichkeit macht dies das Spritzgießen zum weit verbreitetsten Verfahren zur Massenherstellung von Kunststoffteilen in praktisch allen Bereichen. Unterteilung der Spritzgießverfahren Beim Spritzgießen werden fast ausschließlich Kunststoffe verarbeitet. Diese lassen sich in Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere unterteilen. Alle drei Materialarten können im Spritzgussverfahren verwendet werden, wobei das Thermoplast-Spritzgießen die größte wirtschaftliche Bedeutung hat. Es ist das am häufigsten verwendete Kunststoffverarbeitungsverfahren überhaupt. Deswegen soll im Folgenden das Verfahren zunächst für Thermoplaste erklärt werden. Das Spritzgießen von Duroplasten und Elastomeren funktioniert prinzipiell gleich und unterscheidet sich in erster Linie nur in den Betriebsparametern. Die unten beschriebenen speziellen Verfahren stellen Erweiterungen bzw. Modifikationen des Grundprozesses für bestimmte Anwendungen dar. Thermoplast-Spritzgießen Grundsätzlicher Aufbau einer Spritzgießmaschine Die heute übliche Schneckenkolbenspritzgießmaschine besteht aus zwei Einheiten. Der Spritzeinheit oder auch Plastifiziereinheit, welche den Kunststoff plastifiziert, aufbereitet und dosiert, und der Schließeinheit, die das Formwerkzeug schließt, zuhält und wieder öffnet. Die Spritzeinheit setzt sich im Wesentlichen aus einem waagrechten Zylinder, dem Plastifizierzylinder und einer darin befindlichen Schnecke zusammen. Die Schnecke rotiert und kann auch axial im Zylinder bewegt werden. An einem Ende des Plastifizierzylinders befindet sich der Einfülltrichter zum Beschicken mit dem Rohmaterial. Am anderen befindet sich eine verschließbare Düse, die den Übergang zur Schließeinheit darstellt. Die Schließeinheit besteht aus dem Formwerkzeug selbst, das in zwei Hälften getrennt werden kann. Die Hälften sind auf zwei Aufspannplatten montiert, von denen die eine, die Düsenseite, Star und der Düse der Spritzeinheit zugewandt ist. Die andere, die Auswerferseite, ist beweglich. Sie kann hydraulisch oder elektromechanisch von der Düsenseite wegbewegt oder mit Kraft auf sie gepresst werden. Spritz- und Schließeinheit müssen entsprechend dem Werkstoffbauteil und Prozess temperiert werden. Da die beiden Einheiten unterschiedliche Temperaturen aufweisen, können sie außer bei Heißkanalsystemen zur thermischen Trennung voneinander wegbewegt werden. Bis 1956 verwendete man Kolbenspritzgießmaschinen. Verfahrensablauf plastifizieren und dosieren. Der thermoplastische Kunststoff rieselt in Form eines Granulats in die Gänge der rotierenden Schnecke ein. Das Granulat wird Richtung Schneckenspitze gefördert und durch die Wärme des Zylinders und die Friktionswärme, die beim Zerteilen und Scheren des Materials entsteht, erwärmt und aufgeschmolzen. Die Schmelze sammelt sich vor der Schneckenspitze, da die Düse zu diesem Zeitpunkt geschlossen ist. Da die Schnecke axial beweglich ist, weicht sie durch den Druck zurück, auch schraubt sie sich ähnlich einem Korkenzieher aus der Masse heraus. Die Rückwärtsbewegung wird durch einen Hydraulikzylinder oder elektrisch gebremst, sodass sich in der Schmelze ein Staudruck aufbaut. Dieser Staudruck in Verbindung mit der Schneckenrotation verdichtet und homogenisiert das Material. Die Schneckenposition wird gemessen und sobald sich eine für das Werkstück Volumen ausreichende Materialmenge angesammelt hat, ist der Dossiervorgang beendet und die Schneckenrotation wird eingestellt. Ebenso wird die Schnecke aktiv oder passiv entlastet, sodass die Schmelze dekomprimiert wird. Einspritzen In der Einspritzphase wird die Spritzeinheit an die Schließeinheit gefahren, mit der Düse angedrückt und die Schnecke rückseitig unter Druck gesetzt. Dabei wird die Schmelze unter hohem Druck durch die geöffnete Düse und den Anguss bzw. das Angusssystem des Spritzgießwerkzeugs in den formgebenden Hohlraum gedrückt. Die Rückstromsperre verhindert dabei ein Zurückströmen der Schmelze Richtung Einfülltrichter. Während des Einspritzens wird versucht, ein möglichst laminares Fließverhalten der Schmelze zu erreichen. Das heißt, die Schmelze wird im Werkzeug dort, wo sie die gekühlte Werkzeugwand berührt, sofort abgekühlt und bleibt erstarrt kleben. Die nachrückende Schmelze wird durch den dadurch verjüngten Schmelzkanal mit noch höherer Geschwindigkeit und noch mehr Scherdeformation gedrückt. Und vorne an der Schmelzfront zum Rand hin den deformiert. Es überlagert sich Wärmeabfuhr über die Werkzeugwand und Wärmezufuhr durch Scherwärmung. Die hohe Einspritzgeschwindigkeit erzeugt in der Schmelze eine Schergeschwindigkeit, welche die Schmelze leichter fließen lässt. Dennoch ist ein stets schnelles Einspritzen nicht anzustreben, denn durch die hohe Schergeschwindigkeit wird auch der Molekülabbau verstärkt. Auch die Oberfläche, das Aussehen und der Orientierungszustand werden durch die Einspritzphase beeinflusst. Nachdrücken und Abkühlen Da das Werkzeug kälter als die Kunststoffmasse ist, kühlt die Schmelze in der Form ab und erstarrt bei Erreichen des Gefrierpunktes. Das Abkühlen geht einher mit einer Volumenschwindung, die sich nachteilig auf Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität des Werkstückes auswirkt. Um diese Schwindung teilweise zu kompensieren, wird auch Nachfüllung der Form ein reduzierter Druck aufrecht erhalten, damit Material nachfließen und die Schwindung ausgleichen kann. Dieses Nachdrücken kann so lange erfolgen, bis der Siegelpunkt erreicht ist, also der Anguss erstarrt ist. Nach Beendigung des Nachdrückens kann die Düse geschlossen werden und in der Spritzeinheit bereits der Plastifizier- und Dossier-Vorgang für das Nächste Formteil beginnen Das Material in der Form kühlt in der Restkühlzeit weiter ab, bis auch die Seele, der flüssige Kern des Werkstückes, erstarrt ist und eine zum Entformen hinreichende Steifigkeit erreicht ist. Die Spritzeinheit kann dann von der Schließeinheit wegbewegt werden, da kein Kunststoff mehr aus dem Anguss austreten kann. Dies dient dazu, einen Wärmeübergang von der wärmeren Düse auf den kälteren Anguss zu verhindern. Entformen Zum Entformen öffnet sich die Auswerferseite der Schließeinheit und das Werkstück wird durch in die Kavität hineindringende Stifte ausgeworfen und fällt entweder herunter oder wird durch Handlinggeräte aus dem Werkzeug entnommen und geordnet abgelegt oder gleich einer Weiterverarbeitung zugeführt. Der Anguss muss entweder durch separate Bearbeitung entfernt werden oder wird beim Entformen automatisch abgetrennt. Auch ankoßloses Spritzgießen ist mit Heißkanalsystemen, bei denen das Ankoßsystem ständig über der Erstarrungstemperatur bleibt und das enthaltene Material somit für den nächsten Schuss verwendet werden. Kann Nach dem Entformen schließt sich das Werkzeug wieder und der Zyklus beginnt von neuem. Verwendete Kunststoffarten und Produkte Spritzgussteile können mit Massen zwischen einigen Milligramm und ca. 150 Kilogramm hergestellt werden. Die verarbeiteten thermoplastischen Kunststoffe werden durch Additive und Füllstoffe für die Spritzgießverarbeitung und die spätere Verwendung modifiziert. Darunter sind auch sehr harte anorganische Füllstoffe wie Glaskugeln oder sehr oft Glasfasern. Im Fahrzeugbau werden Polyolefine, hauptsächlich Polypropylen für Armaturenbretter und Stoßstangen im Spritzguss verwendet. Plexiglas und Polycarbonat werden für transparente Gegenstände verwendet. Polystyrol und dessen Copolymere werden größtenteils für Spielzeug und Haushaltsgeräte benutzt. Polyamid, Polyoxymethylen und viele weitere technische Kunststoffe werden ebenfalls im Maschinenbau und der Elektrotechnik eingesetzt. Allerdings in wesentlich geringeren Mengen für meist hochpreisige Teile. Beim Naturfaserspritzguss werden mit Naturfasern gefüllte Thermoplaste verwendet. Duroplast Spritzgießen Verfahren Das Duroplast Spritzgießen unterscheidet sich vom Thermoplast Spritzgießen in seinen Betriebsparametern. Duroplaste Härten durch Einwirken von Wärme aus Nach dem Aushärten ist ein erneutes Aufschmelzen nicht mehr möglich, nur ein Recycling. Die noch nicht ausgehärtete Masse muss deshalb mit einer vergleichsweise niedrigen Temperatur in die Form eingespritzt und dort durch eine höhere Temperatur ausgehärtet werden. Die aufbereitete Formmasse fließt unter anderem wegen der hohen Füllstoffanteile schlechter als Thermoplast schmelzen. Auf diese Besonderheiten muss der Spritzgießvorgang abgestimmt werden. Die Spritzgießmaschine arbeitet mit einer Förderschnecke, die wenig Scherwärme erzeugt. Die erzielbaren Drücke betragen bis zu 2500 Bar. Das Formteil wird heiß entformt. Angussloses Spritzgießen ist mit Kaltkanalsystemen, dem Ponder zum Heißkanalsystem, bei dem der Anguss gekühlt und so eine Vernetzung verhindert wird, möglich. Mit dem Duroplast Spritzgießen können sehr große Wanddicken der Teile von bis zu 50 mm realisiert werden. Anwendung Ein typisches Anwendungsgebiet für Duroplaste sind Fahrzeugscheinwerfer, genauer deren Reflektoren, bei denen die gute Maßhaltigkeit und Temperaturbeständigkeit von Duroplasten zum Tragen kommt, bei Wanddicken bis ca. 4 mm. Allerdings sind die Zykluszeiten der Duroplastverarbeitung meist länger als die bei Thermoplasten, sodass Duroplaste, wenn auf ihre besonderen elektrischen und mechanischen Qualitäten verzichtet werden kann. Im Wirtschaftlichkeitsvergleich trotz ihres im Allgemeinen günstigeren Materialpreises meist gegenüber den Thermoplasten verlieren. Elastomer Spritzgießen Elastomere, die Naturkautschuk, vulkanisieren analog zu den Duroplasten durch den Einfluss von Wärme. Das Werkzeug muss also auch hier heißer als die Formmasse beim Einspritzvorgang sein. Eine Ausnahme bilden die thermoplastischen Elastomere. Das Spritzgießen von Elastomeren erfolgt auf Schneckenspritzgießmaschinen. Elastomere können in Form von rieselfähigen Pulvern oder bändförmig von einer speziellen Förderschnecke. Die wenig Scherung in die plastifizierte Masse einbringt, eingezogen werden. Der Zylinder wird meist mit einer Flüssigkeit auf ca. 80 Grad Celsius temperiert, um Überhitzung zu vermeiden. Was ein vorzeitiges Ausvulkanisieren des Elastom-S zufolge hätte. Weiter stellt auch das gradfreie Spritzgießen von Elastomeren eine besondere Herausforderung dar. Da Elastomere im Fließbereich sehr dünnflüssig sind, so ist auch der Aufwand bei der Werkzeuggestaltung etwas höher als bei Thermoplastwerkzeugen. Von den genannten Besonderheiten abgesehen, verläuft der Spritzgießvorgang prinzipiell auch hier ähnlich wie beim Thermoplastspritzgießen ab. Die Schnecke knetet und mischt die Formmasse, die dadurch homogen aufbereitet wird. Dadurch lässt sich z.B. gegenüber dem Pressen, bei dem durch die Wärme zuvor von außen eine inhomogene Temperaturverteilung entsteht, eine Qualitätsverbesserung der hergestellten Formteile erzielen. Einige mechanische Eigenschaften können bis zu 30% höher liegen als bei gepressten Elastomeren. Beim Strömen in der Düse und in den Angusskanälen entsteht Reibungswärme. Dies verkürzt die Vulkanisierzeit. Dadurch wird der Spritzgießprozess besonders wirtschaftlich. Die hohe Materialviskosität macht relativ große Ankursquerschnitte erforderlich. Auch bei Elastomeren sind Kaltkanalsysteme einsetzbar. Man verwendet beim Elastomaspritzgießen oft Spritzgießmaschinen mit mehreren Schließeinheiten für mehrere Werkzeuge und unterschiedlicher Teile. Da die Vulkanisierzeit erheblich größer ist als die Aufbereitungszeit in der Spritzeinheit spezielle Verfahren. Das oben beschriebene Grundverfahren lässt sich für spezielle Anwendungszwecke modifizieren bzw. erweitern. So erlaubt das Mehrkomponentenspritzgießen die Herstellung von Teilen aus unterschiedlichen Kunststoffen in einem Arbeitsgang. Beim Inmoldverfahren werden in das Spritzgießwerkzeug eingelegte Materialien hinterspritzt. Zum Beispiel der Hartschaum eines Sporthemmes oder beschriftete Folien. Alternativ kann bei der Inmold-Decoration auch nur eine bedruckte Folie, die später entfernt wird, eingelegt werden. So dass nur die Farbe auf dem Teil verbleibt, das Metallfolienhinterspritzen dient der Herstellung von Kunststoffteilen mit Metallfolienüberzug. Wird der Werkstoff in eine nicht ganz geschlossene Form eingespritzt und die Form erst danach vollends geschlossen, so spricht man vom Spritzprägen. Dieses kann zum Quellflussprägen erweitert werden, indem dabei Materialien hinterspritzt werden, analog zum Inmoldverfahren, beim Innendruckspritzgießen genannt. Aufteilbar in Gasinnendruckspritzgießen und Wasserinnendruckspritzgießen wird zusätzlich ein Gas oder Wasser injiziert, welches nach dem Erstarren oder Aushärten entweicht, so dass ein Hohlraum entsteht. Dagegen dient beim Gasinterdruckverfahren das zwischen Werkzeugwand und Formteil eingebrachte Gas dem festen Anpressen an die gegenüberliegende Wand, um unter anderem eine hohe Oberflächenqualität zu erreichen. Gase können auch mit Treibmitteln verteilt im Kunststoff erzeugt werden, was einen Schaumstoff ergibt. Beim Schmelzkernspritzgießen wird ein niedrig schmelzendes Metall eingegossen, das nachher im Heizbad ausgeschmolzen wird, um ebenfalls einen Hohlraum zu schaffen. Das Pulverspritzgießen erlaubt die Herstellung von Metall- und Keramikteilen, indem Metall- und Keramikpulver mit einem Bindemittelspritz gegossen, das Bindemittel danach entfernt und das verbleibende Pulver schließlich gesintert wird. Die Exjection- oder Extrusionsspritzgießen stellt eine Kombination aus Spritzgießen und Extrusion dar. Beim Spritzstreckblasen wird ein spritzgegossener Rohling, zum Beispiel ein Petroling für Flaschen einem anschließenden Streck- und Blasformprozess unterzogen. Die Tandem-Werkzeuge ähneln einem klassischen Werkzeug. Es befindet sich jeweils eine Kavität an jeder der zwei Trennebenen. Die Angüsse können je nach Belieben heiß oder kalt ausgeführt sein. Durch die Doppelung ist es möglich, die erste Kavität zu spritzen, während diese abkühlt, wird die andere Kavität gefüllt. So ist es möglich, die nicht genutzte Zeit der ersten Erkaltung produktiv zu nutzen. Probleme Durch die vielfältigen Möglichkeiten bei der Wahl der Bauteilgeometrie des genauen Spritzverfahrens und des Werkstoffes, können beim Spritzprozess BZW. beim fertigen Bauteil verschiedene, meist unerwünschte Effekte auftreten. Angusshöfe, bei denen die Oberflächenstruktur und Form vom restlichen Bauteil abweicht, entstehen an der Schnittstelle zwischen Anguss und eigentlichem Bauteil. Gründe hierfür können eine lokale Umorientierung der Moleküle des Werkstoffs zu hohe Einspritzgeschwindigkeit oder zu geringe Prozesstemperaturen sein. Lufteinschlüsse entstehen bei schlecht gewählter Bauteilgeometrie, zu niedrigen Prozesstemperaturen. Zu hoher Einspritzgeschwindigkeit oder mangelhafter Entlüftung werden solche Lufteinschlüsse durch den Prozess stark verdichtet. So kann es zu lokal sehr hohen Temperaturen und in deren Folge zu Verkohlungen im Bauteil kommen, hierbei spricht man auch vom Diesel-Effekt. Einfallstellen und generell Verzug, also die Abweichung der Bauteilform von der eigentlich gewünschten, entstehen nach dem Ausformen beim Abkühlen. Hierfür sind vielfältige Faktoren zu berücksichtigen. Bei der Wahl der Bauteilgeometrie können etwa Massenanhäufungen durch lokal unterschiedliche Wandstarken des Bauteils dazu führen, dass die einzelnen Bereiche beim Abkühlen verschieden stark schrumpfen oder auch unterschiedlich schnell abkühlen. Auch eine nicht optimale Prozesstemperatur oder seltener ein nicht genügend homogener Ausgangsstoff können diese Probleme verursachen.